Läuft alles, passt, wackelt, hat in Loft. So, wir müssen noch ein Gings-Portal finden. Da habe ich den Endstone drin. So, die Elytra verzauber ich mir dann auch gleich noch. Oh, Darko, oh, das wird lustig werden. Ja. Wenn ich die Tiere alle freilasse. Ei, ei, ei. Ähm. Das da rein. Die können da rein, die kommen da rein, das Gold kann da rein. Die Heil-Potions, die lasse ich natürlich über, also die bleiben bei mir, das steht fest. Äh, das kommt da rein. Hier brauche ich nur acht Stück. Das kommt erst mal da rein. Erst mal was futtern. Aber ich glaube, diese hässlichen Slimes, die haben irgendwas geklaut von mir. Das, das, das lässt mir keine Ruhe. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ne, so nicht. Äh, so nicht. Warte mal, Fackel. Äh, da. F7. Läuchte mal aus. Da eine hin. Stopp mal, zwei. Zwei. Oh, das reicht tatsächlich schon aus. Mehr brauchen wir nicht zum Abernten. So, so, so und so. Das da rein. Äh, Drachenkopf. Der kommt dort hin. Genau, eins, zwei, drei, vier, 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 vier. Ja, die bauen wir irgendwann mal auf. Wenn man die nicht sogar für irgendeine... Okay, Quest brauchen. Das da brauche ich gar nicht mehr. Dreck war hier drin. Geld. Ganz wichtig in der heutigen Gesellschaft. So, die brauchen wir tatsächlich, die Elytra. Irgendwo hatte ich doch wunderschöne Unbreaking Bücher, stopp mal wir machen das jetzt anders hier. So, hier kommt unten rein, du auch und dann habe ich nur das Inventar voll und nicht die Hotbar. So. Genau. Unbreaking. Nein, das geht hier nicht. Scheiße. Na dann. Unbreaking. Die dürfte Gorkin einbreaking. Ich habe doch das Mending Buch. Ich schaue mir das tatsächlich auf die Elytra. Jetzt ist die Frage, kann man sich da auch noch andere Sachen drauf klatschen? Das weiß ich gar nicht. Ich habe noch nie mit der Elytra gearbeitet. Tatsächlich. Und es hört sich doof an, aber es ist wirklich so. Äh. Was habe ich denn auf der Chestplate? Protection 4 und Thorns. Jetzt kann ich das nicht testen, ob man die so verzaubern kann. Protection. Aber du bist eine gute Projektil-Protection. Du kommst auf jeden Fall erstmal da rein. Protection 3. Protection 3. Protection 2. Ähm. Wo ist noch? Hä? Ich dachte, ich habe ein Protection 2 hier mit rein geballert. Ja, ich bin wieder rum. Sieben und elf. Okay. Ich brauche, ich muss sowieso erstmal gucken. Geht das? Das geht nicht. Dann brauche ich das gar nicht weiter versuchen. Aber gut. Das haben wir auf jeden Fall schon mal. Questtechnisch. Another one. Wir müssen einen anderen Dings machen. Beschwören. Einen anderen Drachen. Ende Augen. Das kann man dann doch alles in dem Portal machen. Ich dachte, das heißt, wir müssen ein anderes Getaway finden. Aber nö. Wie viel Gasdrehen hat der Eik denn? Zwei. Kommen zwei immer raus. So. Was ist das? Ähm. Klarschein war das, glaube ich. Nö. Klarsblöcke. Okay. Da. Dann so. Zwei Gasdrehen. Die werden wir uns noch gönnen. Diese Pokébälle, das werden wir auch noch irgendwann in Angriff nehmen. Die kriegen ein eigenes Zuhause. Die kommen erstmal alle da rein. Da kann ich die Pokéball kennen dort auch rein klatschen. So. Ähm. Dann kommt das da hin. Ganz schön viel Munition eingebüßt hier. Ich hab glaub nirgendwo mehr Bullets. Was? Auch doch. So. Passt. Ähm. Ja. In den Äther. War ich ja schon lange nicht mehr. Sagen wir mal ganz ehrlich. Ich hab doch hier diesen Eimer voller Plurre. Den kann man nämlich wieder setzen. Wow. So. Muss nur dunkel genug sein. Beziehungsweise tief genug. Ähm. So. So. Wo bin ich rausgekommen? Wieder irgendwo am Arsch der Welt. Ah. Wo ist denn das? Bei meinem Portal. Ach nee. Hier bei meinem, äh, äh, steingedönsdingsbums. Oh doch. LOL. Mal. 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 Hier gleich mal einen schönen Weg dahin. So So Der Zombie ist immer noch hier Jetzt ist der da unten Der hat das überlebt Hast du einen Arsch Das ist eh noch Speed Das ist auch nicht gerade gut So Ich würde sagen Ghasts Ihr dürft jetzt spawnen Und eure Tränen fallen lassen Für mich Mehr möchte ich auch nicht Oh falsche Seite So Ach komm Der eh eine Block Seid ihr Ich will nur eure Tränen haben Ganz kurz Ich wusste es doch Moment Das ist Müll Das ist einfach nur Müll Wie kann man die Craft Gar nicht Oder geht das mit einer stinknormalen Potion Das ist eine Werft Potion Versuchen wir mal so eine Heil Potion Alles klar So Ich würde sagen Ich hätte mir da Rape Point setzen sollen Scheißen Ich muss erst noch mal pennen Und dann Gehen wir noch mal ins End Den Drachen beschwören Ich würde mal vorher wieder Blöcke mitnehmen Genau Das Wichtigste von Jetzt Allen Ja Die reichen aus So Dann machen wir jetzt das Oh da ist ein Fetti Bullets habe ich ja noch ein paar Um den zu klatschen Zuernd schieße ich mit der Shotgun drauf Oder mit dem Rocket Launcher Wenn ich den überhaupt erwische Mit dem Rocket Launcher So und alle guten Dinge sind drei Wir gehen das dritte Mal ins End Und danach müssen wir da fertig sein Dann haben wir ja alles Dann haben wir ja alles Hier Totem of Andeigen Habe ich auch dabei Das ist alles im Backpack Das passt Ja Da war nur wieder eine Rabe Die bringt mir nix Das war oberste Rabe Ich dachte das wäre so ein kleiner Piepmatz Den ich brauche 700 Blöcke noch Holy shit das kratzt Okay also Darko hat ja geschrieben Der kommt heute nicht mehr Schule geht vor Das heißt dann Morgen oder übermorgen Müsste er wieder da sein Ich überlege gerade was ich morgen streame Ich denke mal morgens mal wieder Star Wars dran Für die auf YouTube die die Folgen auf YouTube gucken Ähm ja Was ich gerade gesagt habe ist für euch uninteressant Ich habe dich nicht aufgesammelt Mich nerven diese Spawner hier So War hier was drin Ach komm scheiß auf den nehmen wir mit So Da habe ich doch auch einen schönen Gang Oder Weg drüber Apatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Okay, das war gerade ein schöner Season-Wechsel unter Wasser. Es gab mal voll den Mini-Lag. Yay! Ähm... Hier? Hier? So. Nee, falsch. Moment. Falsch. Ich muss hier durch das Türchen. Genau. Stopp mal. Hatte ich nicht noch eine Bü... Ich hatte irgendwo noch eine Bücherei. Die habe ich nicht gelootet. Scheiße. Hier. Wow. Thorns. Aha. 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 Das Papier nehme ich auf jeden Fall alles mit. Aha. Ja. Gut. Und dann... Gucken wir mal, ob hier die zweite Kiste vorhanden ist. Wusste ich es doch. Hier ist sie vorhanden. Returning Board. Was ist das denn? So eine Empty Map. Davon habe ich auch mittlerweile durch Strange und so viele. Na ja, egal. Nehmen wir alles dankend an. Und ich denke mal, wenn das Projekt irgendwann endet, werde ich mit Dank wieder so sein, dass wir uns in Crash schalten und ein bisschen was ausprobieren, was es so alles gibt. Das ist ja Standard bei uns. Und dann wird die Map in die Luft gejagt. Das ist bei uns so. Das muss sein. Und... Ähm... Habe ich noch Bottles? Da haben wir noch Bottles. Wie sieht die Rüstung aus? Passt. Ich brauche das da. Ich brauche diese. Shotgun brauche ich erst einmal gar nicht. Das da werde ich brauchen. Und ansonsten... Das da rein. Das da hin. Die Waffen kommen hier hin. Die Bottles kommen da hin. Das so, so, so. Genau. Das kommt dann in die Offhand. Und die hier werde ich brauchen. So. Und ich würde sagen... Wir beschwören mal den anderen. Ich hoffe auch, dass das gewertet wird, tatsächlich. Ein Questbuch. Lade nach. Warte kurz. So. Alter, hat die schnell nachgeladen. Deswegen Quick Hands. Lull. Yo. Sammlein. Hör auf, Drache. Drache, ich sammle ein. Hör auf. Wo ist noch eins? Da oben. Da oben. Drache, aus. Da hat noch eine Flasche übrig. Cool. Jetzt kann ich ganz in Ruhe. Jetzt kann ich ganz in... Moment mal. Drache, aus. Pfui. Scheiße. Mann, lass mich doch mal in den Backpack gucken. Drache, ich lade nach. Hör auf. Ohpah. Wo ist denn noch was? Ist überhaupt noch irgendwo was? Da oben ist noch eins. Okay. Auch weg. Drache, ich lade nach. Hör auf. Hey, da geht das schnell mit dem Nachladen. Okay. 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 Du darfst doch gern mal wieder runterkommen. Okay. Mit Anvisieren dauert das zu lange. Okay. Mal wissen, was passiert. Wenn der da drauf ist und ich mit einem Rocket Launcher schieße. Ob der davon auch Schaden bekommt? Wenn der jetzt da drauf ist. Scheint er nicht zu bekommen. Okay. Okay. Nee. Lache, ich lade nach. Und du bist sehr laut. Wow. Hui. Mami. Der ist böse zu mir. Hu. Ha. Ausgetrickst, Rache. Ja. Der ist voll gemeint zu mir irgendwie. Ich höre ihn kommen. Nein? Okay. Ich esse jetzt einfach mal Just for Fun Gold, damit ich schneller regeneriere und Hunger auch gleichzeitig voll ist. Ich weiß, ich hätte Wasser mitnehmen können. Bin ich aber nicht. Oh! Drache, ich lade nach. Nix machen. Wow. Sag mal, was hatten die hier alles? Die hatten Schalldämpfer und Zoom und extra Griff drauf. Okay. Oh, haha, das hat gesessen. Hahaha. Geil. Ach, hier kann ich ja nichts. Hier kann ich, will ich entfernen. Ich nix machen. Der ist sehr laut, tatsächlich. Was hatten die alles drauf? Okay, Schalldämpfer fehlt. Oh, wenn ich schon mal dabei bin. Absorbschnapp ich noch. Okay, akzeptabel. Nein. Hör auf damit. Du darfst gerne nochmal landen, Drache. Bitte lande. Klick, 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 klick. Äh. Alter, ich habe nur noch einen neuen Schuss. Sag mal, die können wir auch gleich mal nachladen. So. So. Ey, der Wunker-Downer kommt doch hoch. Na komm. So. Drachy ist down. Wir haben das zweite Ei. Und die nächsten zig Millionen XP. Ei. Warum ist kein Ei mehr gespawnt? Rein theoretisch müsste eins gespawnt sein. Hm. Das ist creepy. Ach ne. Set. Home. End. Entweder ist es. Durchs Dings gefallen. Ne, hier sind auch keine XP Kugeln angekommen. Lol. Ach, Server läuft. Was? Wow. Geht das dann so? Ne. Aber, äh, eventuell. Nein. Ach, scheiße. Muss ich auf Screen da nochmal hinrennen. Das ist ja jetzt eine Kacke. Aber warum geht das mit dem End nicht? Warte mal. Hä? Wieso kriege ich das nicht hin? Dass man die Liste sieht? Das ist ja scheiße. Naja. Questbuch. Die Endreihe komplett erledigt. Äh. Äh. So. Kommt bei Mobloot mit rein. Das kommt raus. Das kommt da rein. Kann ich das Thornsbuch-Avenger auf die Elytra klatschen? Das wäre noch geil. Scheiße. Scheiße. Gut. Dann nicht. Ist aber auch nicht so schlimm. Das hier und das hier. Sattel dahin. Kopf hier rein. Warum ist der Kopf dort und nicht hier drin? So eine. Okay. Das und das brauchen wir. Wir machen uns noch ein Herz. Wir machen uns zwei Handschuhe. Und dann wird alles wieder verkauft. Äh. Nein. So. Wie viel haben wir denn? Da haben wir 8000 drin. Ja. Da haben wir ja fast wieder alles zusammen hier an Geld. Was mit dem Drachenei wundert mich jetzt nur. Äh. Das da. Das da. Die Teile. Und das da. Und wo ist mein Arbeitsmaterial? Hier. Also mein Werkzeug. Sehr schön. Du. Du. Nee, warte mal. Stopp, 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 stopp. Zum Glück habe ich überall in meinen Hand. Ach, äh, Sigtatsch drauf. Das muss alles eins nach oben. Ich habe das umsonst jetzt gemacht hier. So. So. Das Ei. Das Ei. So. Da kann es stehen bleiben. Das und das und das da. Die hier und das. Äh, hier hat sich noch nichts weiter gezeigt. Nee. Da würde ich erst was zeigen, wenn ich... Was ist das denn? Get off some Meme-Creme. Leute, sind das diese... Das sind diese hässlichen Slimes. Kann das sein? Endergrade, Schalker, Meme-Cube. Ja. Aber wie mache ich denn die down? Wie mache ich denn die tot? Kann mir das mal einer erzählen? Wie mache ich das denn mit denen? Ach, scheiße. Vor allem, jetzt habe ich alles oben gelassen. Ich Dulli. Ach, Mann, Mann, Mann. Wo habe ich denn jetzt hier gemacht, getuten und getan? Hier. Mal gucken, wenn ich den jetzt hier reinsetze, kommt der da raus? Äh, wo ist denn der? Mal gucken, wenn ich den jetzt hier rauskriege, kommt der da rauskriegen? Muss man das anders machen. Machen wir das so. Ernsthaft? Ich brauche noch mehr Obby. Ach, komm. Ich brauche echt zu wenig Obsidian? Warum? Wo farbe ich denn das jetzt am besten ab, ohne dass es stört? Wow. 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 Scheiße. Hier ist halt überall Lava. Ich baue es die ganze Zeit mit den Feinschen ab, lol. Danke. So, sicher ist sicher. Na, komm. Ich will ja nicht, dass hier, ne? Irgendwas passiert. Hm. Ich könnte hier auch eine Tür reinsetzen, tatsächlich. Wie viel zu wenig zu wenig machen. Es ist doch lustig. Ich hoffe, es sieht ganz schön aus. Wow. Wow. Eik. Machen wir hier drüben eine Tür rein und andere Seite eine Trap Door. Kommt noch eine Tür rein, der da hin, das dort hin, der direkt dort hin, die Trap Door dort hin. Irgendwann hat man doch die ganzen Türen. Hier. Ich nutze mal eine Glastür dazu. Warum hatte der eigentlich vorhin unten in der Höhle eine Waffe? Der schlägt mich mit meinem eigenen Schwert. Was ein Hund. Hör mal. Hä, wo ist er denn jetzt? Hä, wo ist er denn? Hä, wo ist er denn? Hä, wo ist er denn? Der fordert die ganze Zeit dagegen. Was ein Hund. Okay, ich darf kein Essen in der Offhand haben. Keine Rüstung anhaben. Gar nix. Lol. Alles klar. Das merke ich mir dann für nach der Pause. Na ja, die behalten wir mal. Yo, dann mache ich ein kurzes Brötchen und bin gleich wieder da.